hallo mitspieler mein name ist joshu und ich spiele mit euch the hunter call of the wild wir haben hier gerade geschossen deshalb glaube ich werden hier mal schauen da gehen wir mal den weg wahrscheinlich ein paar tiere aufgeschreckt haben ich würde trotzdem gerne noch mal hier her gehen um zu schauen ob sie so ein tränkegebiet gibt das aufzudecken ist eine bedürfniszone wäre gut ich hätte gerne das männliche tierisch da war der war nervös dürfte nicht lange her sein aber ich denke nicht dass man den so kriegt ja sehr frisch ist zwar schön wird nicht einfach hinter dem her laufen können kann ich mir nicht vorstellen so 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 Ja, ich hätte gedacht, hier gibt es ein Bedürfnisgebiet, aber das sieht jetzt nicht so aus. Da gibt es Enten. Okay, fein. Ja, und ich hatte hier auch ein paar Pity-Rufe gehört. Ja, das sind die Enten. Könnte man mit einer Schrotflinter rangehen. Okay, hey! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Hier liegt 100 Ja Silbertreffer Goldwehr 134 Lungenflügel Ja, das lief gut Also, so ein Tier im Lauf zu schießen Das ist eigentlich die Königsklasse Hat jetzt nur funktioniert Weil Das Tempo okay war, war nicht zu schnell Ein Bahnhof Ziemlich dichter Daran würde ich auch sagen Daran würde ich auch sagen Zwei Bärenspuren sogar Zwei Bärenspuren sogar Ast durch Ast durch Ah, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee Hier müsste ich freischussfett haben Oh Oh Äh, da liegt er Oh Wer ein Bären anschießt, muss aushalten können, dass man angegriffen wird Und das ist nun mal so Und das ist nun mal so Und das ist nun mal so Okay Silberbär 1200 Verwertungsprüfung 250 Hm, okay Das hatte mal damit was zu tun Wie viele Tiere in Folge man korrekt schießt, glaube ich So, angeschlagene Gesundheit Vorsicht Demnach Wie viele Tiere in Folge Tja, wäre halt die Frage, ob man dann nochmal nachschießt bei so einer Situation, wahrscheinlich sollte man das tun. Da kommt was. Der zieht weg von uns. Was muss man eigentlich locken können? Ja. Da kommt er. Ach so, ist ein Mädel. Der Junge dahinter. Ja, ist das Problem. Wenn das Mädel abspringt, wird der Junge auch weg sein. Ja, wie gedacht. Ja, man könnte aber, also muss ich nochmal machen. Ach, schlechte Schussposition hier. Vielleicht einfach mal aufsteht. Alles klar, da gibt's ein Ruhrgebiet. Vielleicht wollen die da hin. Und ein Tränkegebiet. Ich hoffe, dass ich das nicht zerstöre, wenn ich jetzt nochmal schieße. Ja. 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 Okay, da trinken sie. Gut. Ja, die Windrichtung ist okay. Aber das Gestrüpp ist natürlich nicht schön. Ja. 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 Ich bin ganz klar, wie ich da ankommen soll. So, stichen wir jetzt auf. Ich geh mal ganz runter. Pirsche mich mal ein bisschen näher. Ja. 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 Das hab ich mir gedacht. Ja. 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 an weiblicher bär bronze immerhin alles 100 prozent und das herz getroffen 70 kilo ok ja das war eine schöne runde ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit daumen hoch und abo da wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut bye bye